Herzlich Willkommen! Wir sind hier in der Wüste bei Las Vegas in Nevada. Ich bin Herr 3,0 von 5,6 und wir haben hier einen Gast, den manche Zuschauer auch schon kennen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind, Herr Kelz, auch ein Chef für die E-Klasse unter anderem. Wir haben hier auch die Modellpflege der neuen E-Klasse und wir werden heute ein wenig erfahren, was sich unter der Tarnung versteckt. Da gibt es schon einige Neuerungen oder viele Neuerungen und die werden wir im Laufe des Tages auf jeden Fall sehen. Sehr schön ist ja auch, wir haben hier direkt die drei Lines stehen. Mehr wollen wir an der Stelle nicht verraten und man kann, glaube ich, erkennen als Kunde, als Fan der E-Klasse von Mercedes, was hier sich verbirgt. Wollen wir vielleicht bei dem Wagen mal unter die Haube schauen? Ja, also das können wir mal gerne machen. Ah, Herr weiß schon, wo man zieht. Wir machen einfach Arbeitsteilung. Das ist eine der wesentlichen Neuerungen, unser neuer Vierzylinder-Benziner mit integriertem Startergenerator. Man sieht es auch, hat noch einen ganz kleinen Riemenantrieb für den Kompressor, aber ansonsten, sag ich mal, ist da vorne nichts mehr angebaut. Hat auch relativ viel Luft, wie man da vorne so sieht. Und ja, das ist unser neuer Motor, der dann eben vor allen Dingen auf Effizienz getrimmt wird, einen deutlichen Beitrag zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches leisten wird. Der Sechszylinder-Motor, der M256, ist ja theoretisch im CLS schon bekannt, kommt jetzt in die E-Klasse. Genau. Nur der Motor ist ein Unikum erstmal für die neue E-Klasse. Der ist erstmal überhaupt eingesetzt, gab es noch gar nirgendswo. MB-Deutsch Erstanlauf. Erstanlauf. Genau. Auch richtig, ganz genau. Ansonsten dürfen wir noch nicht viel verraten zur Leistung und so weiter. Machen wir wieder zu. Genau. Ja, und ansonsten sieht man eben schon, dass sich außen natürlich viel verändern wird. Und man sieht neue Augen. Ja, man sieht neue Augen. Man sieht schon, dass die Lichtsysteme sich noch mal ändern werden. Nicht nur optisch übrigens, aber auch da ist es eben so. Die allerletzten Dinge verraten wir natürlich jetzt noch nicht. Dafür gibt es natürlich noch eine Weltpremiere, dann eben auch eine offizielle. Gucken wir vielleicht noch mal hinten drauf, dass sich da auch ein bisschen was ändert. Spannend ist vielleicht hier schon direkt. Man sieht hier ein US-Modell, was so ein Katzenaugen-Sidemarker quasi hat, was die europäischen Fahrzeuge logischerweise nicht haben. Ja, man sieht schon, sag ich mal, wir kriegen auf jeden Fall ein spannend neues Heckleuchten-Design. Es wirkt sehr viel kleiner und schmaler. Aber das ist natürlich der Tarnung geschuldet. Über die Heckleuchten verraten wir jetzt natürlich noch nicht alles. Aber ganz so, wie das schöne Design hier jetzt ausgeschnitten ist mit dem Pfeil und so wird es natürlich nicht, sondern das ist der Tarnung geschuldet. Aber ja, am Heck wird sich eben auch nochmal das Design deutlich von dem Fahrzeug ändern. Und die Ausprägung, die kann man hier schon zumindest mal ein Stück bei den Fahrzeugen, die da stehen, jetzt erahnen. Was ganz schön ist, auf jeden Fall, man sieht, Fans, das Knight-Paket werden auch ein Knight-Paket anscheinend bekommen, weil hier sieht man Chrom-Verkleidungen und dort sieht man die in Schwarz. Ja, da sieht man auch Knight. Genau. Man sieht, wir haben auch ein Hybrid dabei, sieht man ja auch an dem kleinen Deckel, den wir hinten für das Laden haben. Hybride spielen eine große Rolle in der Zukunft, sowohl als Benziner als auch als Diesel. Und ja, der ist jetzt abgeschlossen, sonst hätte man den auch aufmachen können. Ja, also von daher auch das kann man hier bereits ein Stück erahnen und wird eben auch eine große Rolle spielen. Dann würde ich sagen, steigen wir ins Fahrzeug und schauen uns mal an, was uns erwartet. Ja. Vielleicht eine spannende Frage, die viele beschäftigt. Wie geht man in so eine Modellpflege denn ran? Also Modellpflege ist der Mercedes-Begriff für ein Facelift, sprich für ein Update des vorhandenen Fahrzeugs, weil wir reden ja nicht von einer kompletten Neuentwicklung. Wie geht man an so was ran? Also es gibt natürlich Dinge, sag ich mal, die man immer wieder anguckt. Exterior Design, klar, möchte natürlich auch der Kunde mal wieder was Neues sehen, also keine Frage. Kundenrückmeldungen fließen selbstverständlich mit ein, gerade auch in Sachen Bedienung zum Beispiel oder so. Es fließt aber vor allen Dingen unsere ganze langfristige Technologiestrategie natürlich ein, wie zum Beispiel das MBUX hier in dem Fahrzeug, was natürlich aus einem Baureihen übergreifenden Baukasten stammt. Also Mercedes-Benz User Experience als Nachfolge des klassischen Command. Ja, absolut. Vor allen Dingen, sag ich mal, wird er eben MBUX in seiner neuesten Form haben, die mit dem Fahrzeug dann eben weitere Features wieder freischaltet. Hier hat er weiterhin das neuere Fingerpad, eine neue Variante. Man hat hier das nagelneue Touchpad. Ja, der alte Touch-Control-Button, so heißt der eigentlich offiziell und nicht Fingerpad. Auch wenn das manche Leute sagen, ist schon okay. Aber die Touch-Control-Button wurden eben jetzt ersetzt, haben eine andere Technologie dahinter. Wie man hier sieht, sind auch nicht mehr so rötlich und arbeiten jetzt eben mit einer neuen Technologie. Ja, man kann ja schon so ein bisschen erahnen, ein neuartiges Lenkrad, eine neue Generation. Noch ein bisschen getarnt, aber nur wenig. Aber die Funktionstassen müssen natürlich offen sein, sonst können wir hier nichts mehr zeigen. Aber die sieht man ja auch schon eine neue Ausprägung. Wobei hier schon, sag ich mal, natürlich, wir sitzen ja in einem AMG-Design mit einem Supersport-Lenkrad. Also der normale Kunde hat das hier nachher auf einer Platte und nicht eben wie hier auf den Speichen verteilt. Die Speichen sind ja hier, das sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz genau, sind ja wirklich getrennt. Man kann also durchgucken. Also von daher, also neue Lenkräder prägen nachher die E-Klasse schon im Interieur deutlich. Da hat man eben gesehen, als Sie hier Richtung Radio gegangen sind, dann gibt es ja auch eine Gestensteuerung in dem Auto. Ja, Gestensteuerung hat es jetzt auf jeden Fall auch. Man sieht es sofort, wenn ich hier hingreife, dann kommen eben die anderen Radiostationen auf. Man sieht jetzt hier keine richtigen Icons, weil wir jetzt mit dem deutschen Radio in den USA fahren. Wenn man das andere Fahrzeug benutzen würde, dann sieht man dann die richtigen Sendersymbole und alles. Also jetzt haben wir hier natürlich, dadurch, dass wir das europäische Auto für die Fahrt jetzt genutzt haben, natürlich halt nicht die amerikanischen Funktionalitäten. Zumindest nicht auf der Head-Unit. Der Rest ist ja unschaltbar. Was für Funktionen gibt es noch? Ich habe gelesen, mal beim CLA zum Beispiel, wenn der Fahrer dann bei Nachtfahrt in Richtung Beifahrerraum greift, würde das Leselicht als Spot hierhin angehen? Genau. Und geht dann zurück, zieh in der Hand wieder aus? Genau. Auf die eigene Seite, wenn man da oben hin fasst, dann würde es angehen, jetzt ist der Tag, jetzt geht es natürlich nicht an. Die Gestenkamera können zwischen Fahrer und Beifahrer unterscheiden, wie übrigens auch die Sprachbedienung. Also wenn wir jetzt hier die Sprachbedienung nutzen, dann brauchen wir nicht mehr zu sagen, was beim Fahrer oder Beifahrer passieren soll, sondern wenn ich jetzt meine Sitzheizung zum Beispiel hier einschalten möchte bei dem Fahrzeug, dann kann ich einfach sagen, Sitzheizung an und es passiert eben wirklich beim Fahrer, wenn wir jetzt das sagen. Ja, probier mal. Hey Mercedes, Sitzheizung ein. Ich schalte die Sitzheizung ein. Sagenhaft. Der Beifahrer wurde direkt erkannt. Wie man sieht, ist es beim Beifahrer, genau nicht bei mir. Ja. Ja. Und das geht jetzt eben, weil wir zwei verschiedene Mikrofone haben für Fahrer und Beifahrer und damit erkannt wird, wo reingesprochen wird, wo eben die stärksten Ausschläge sind. Ja. Und damit haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das dezidiert zu machen. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Sitzheizung aus. Okay. Das ist schon super. Ich schalte die Sitzheizung aus. Bedeutet natürlich, wenn man jetzt einfach mal weiterdenkt, in einem späteren Schritt könnte man sich irgendwann fast auch die Knöpfe sparen. Das ist natürlich schwierig. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich komme sich auch immer darauf an, wie viele Leute im Auto sitzen etc., ob man Sprachbedienung nutzen will oder nicht. Ja. Und ich denke, es ist immer noch wichtig, dass man auf jeden Fall, sage ich mal, alternativ zur Sprachbedienung auch ein vernünftiges Bedienkonzept hat. Ja. Aber es ist richtig, gerade wenn man eben alleine im Fahrzeug fährt, dann ist es natürlich schön, wenn man dort mit Speech die ganzen Sachen bedienen kann. Und am Ende, sage ich mal, haben wir jetzt eben hier eine Bedienungsmöglichkeit auf der einen Seite auf dem Lenkrad, selbstverständlich. Auf der anderen Seite haben wir das Touchpad ja immer noch in der Mittelkonsole, um ganz einfach mit der Hand dort bedienen zu können. Und wer eben nicht bis auf den Touchscreen greifen will oder die Fingerdubser nicht mag, die ja doch von manchem ein bisschen immer angemängelt werden. Aber klar, wir haben auf jeden Fall eben die Touchbedienung mit der Gestenbedienung, sodass man da eben auch direkt drauf greifen kann und dann eben zum Beispiel hier einen Radiosender direkt umschalten kann. Also von daher, ja. Genau, wobei das natürlich schon so bekannt wie aus der A-Klasse oder aus dem GLE, dass man halt hier wirklich jetzt touchen kann theoretisch und sich das einstellen, ausrichten kann, wie man möchte. Und es geht auch schön flüssig, also. Weil man muss natürlich schon zusagen, glaube ich, dass das schon noch eine Art Prototyp ist. Also hier ist nicht die letzten Kundenstand von Software drauf, oder? Nein, nein, bei weitem nicht. Also man muss auch ganz klar unterscheiden, die Reifegradstadien in so einem Fahrzeug, die unterscheiden wir ganz klar zwischen Hardware und Software. Da das System ja permanent updatefähig ist, auch overseer updatefähig ist, ist es schon so, dass wirklich der allerletzte Stand immer dann drauf kommt, sage ich mal, wenn es dann wirklich zum Kunden geht. Also deswegen, da gibt es ja noch viele andere neue Features, die auch softwarebasiert sind, über die wir später noch reden können in den Assistenzsystemen etc. Und auch die sind noch nicht fertig. Was gab es denn bei der Hardware, was man machen musste, machen wollte oder machen konnte? Also die Rohbaustruktur selbst, also die Struktur vom Fahrzeug im Grundsatz, die war natürlich langfristig ausgelegt. Und dort haben wir außer die Maßnahmen, die wir jetzt für die kosmetischen Themen brauchen, für die Designthemen, jetzt an dem Rohbau nicht viel geändert. Also da gab es ein paar kleine marginale Anpassungen, aber zum Beispiel gibt es schon im Außenbereich, das verraten wir ja noch nicht, deswegen gibt es da Tarnung, aber gibt es natürlich schon noch ein paar Eingriffe ins Blech. Einen sieht man ja, man sieht hier einen kleinen Powerdome auf der Haube, zweifach, da hilft keine Tarnung leider. Nee, das ist da, also den haben wir auch, ja, nicht in jeder Line, aber ja, das hat sich eben auch geändert. Ja, aber sieht sehr sportlich aus, also mir gefällt das schon sehr gut. Die anderen Dinge, die sich natürlich auch noch ändern, ja, sie gehen bis ins Fahrwerk rein, also wenn man es genau nimmt, ist es eben so, dass wir zur... Es gibt ja Stahlfederung, Dynamic Body Control, sprich Adaptivstahlfederung und Air Body Control, Luftfederung. Also die drei Fahrwerke, sag wie vor, da wir nicht nur neue Motoren zur Verbrauchsoptimierung einsetzen, sondern natürlich auch den Rest, sag ich mal, hat sich auch im Fahrwerk nochmal was geändert. Kann man da was machen, also kann man eine Airmatik irgendwie ökonomischer gestalten? Also diese Airmatik wurde auch nochmal optimiert, man hat die Schaltung der Ventile verändert, um ein bisschen Strom zu sparen. Das sind natürlich, sag ich mal, Kleinigkeiten, aber sie kommen eben dann doch mal in der großen Summe zusammen, so gibt es immer wieder Bedarf. Wir haben aber gleichzeitig die Situation noch genutzt, nochmal das Ansprechverhalten und den Komfort zu optimieren. Keine Frage, die E-Klasse muss einfach im Fahrkomfort, hätte es best sein. Und von daher, sag ich mal, nutzt man natürlich solche Gelegenheiten oder wie zum Beispiel bei dem Avantgarde-Fahrwerk, das ja in Zukunft das Basisfahrwerk ist. Haben wir natürlich genutzt, um den Verbrauch nochmal zu optimieren, indem man einfach eine CW-Wertoptimierung gemacht hat. Also eine minimale Absenkung. Leichte Tieferlegung, genau. Also von daher, sag ich mal, gibt es immer Themen, wo man eine Win-Win-Situation zwischen Technik hat und Optik oder Kundennutzen. Also da gibt es... Bei der Modellpflege macht dann quasi eigentlich die Summe von vielen Kleinigkeiten das große Ganze aus, könnte man so sagen, Hardware-mäßig. Schön wäre es, wenn es nur Kleinigkeiten wären. Nein, nein, nein. Es ist gut, dass es nicht nur Kleinigkeiten sind. Ja, es sind viele Dinge. Am Ende ist es Feinschliff. Ja. Manches, manches ist grob eine wirkliche Änderung, wie man es nachher eben am Außenblech zum Teil sehen wird in der Lampen-, also in der Leuchten-Integration an dem Fahrzeug wird man es sehen. Es sind technische Änderungen, wie zum Beispiel das zukünftige Fernlicht ist, anders als es heute ist. Mehr will ich vielleicht noch nicht verraten. Aber ja, also all diese Dinge, die sind natürlich Themen, die wir ständig weiter optimieren, sodass der Kunde wirklich, sag ich mal, gerade in der E-Klasse auch den allerletzten Stand der Technik hat. Wir fahren hier mit dem zukünftigen Parksystem, was eben in auch zukünftigen Fahrzeugen von Mercedes jetzt kommen wird. Und unique ist, intern Parken 5 genannt. Okay. Aber da ist dann die Trajektorienberechnung, das ganze Thema Bildaufbau und so weiter, wird anders sein. Wird man auch sehen, die Kamera wird zum Teil mitschwenken, zumindest im Bild für den Kunden, sodass er in seinen Fahrschlauch anders reingucken kann, etc. Also parken wird hier deutlich anders. Auch die Geschwindigkeit, wie eingeparkt wird, wird vielleicht für manchen schon etwas atemberaubend sein, sagen wir mal so. Also schneller, als jeder selber einparken würde, auch wenn er ein Könner wäre. Das Gute ist, man kann auch selbst leicht auf die Bremse treten, um die Parkgeschwindigkeit zu reduzieren. Es passiert dann nichts, also der Vorgang wird nicht abgebrochen, sondern man reduziert damit die Geschwindigkeit. Aber ja, früher war es ja so, dass doch jeder gesagt hat, ich parke immer schneller ein als der Automat. Das ist jetzt, glaube ich, dann doch mal ein bisschen anders. Also ja, man sieht halt, die ganze Technik entwickelt sich halt ständig weiter. Da waren wir mit der E-Klasse schon sehr gut unterwegs. Aber im Feinschliff, in der Hardware, die wir verwenden, in der situativen Unterstützung, hat sich eben doch einiges geändert. Man sieht es unter anderem daran, dass wir jetzt hier zum Beispiel auch in der Hands-off-Detection, also in der Frage, ist die Hand am Lenkrad oder nicht am Lenkrad, jetzt hier zum Beispiel ein anderes System verwenden. Aber auch hinter den zukünftig neuen Stoßfängern werden auch neue Sensoren sitzen. Ich habe es ja vorhin schon beim Parken erzählt, die Sensorik verwendet man natürlich nicht nur beim Parken. Die Zugeschwindigkeitslevel verschieben sich zum Teil, die Zeiteingriffe verschieben sich. Das liegt auch daran, dass sich die gesetzlichen Anforderungen schon wieder geändert haben. Also von daher, auch da gab es wieder Anpassungen an Gesetze. Wie vorhin schon gesagt, es werden sich nicht viele Funktionen als neue Funktionen ergeben. Ja, es gibt neue Funktionen, Rettungsgassenassistenz, also das Fahrzeug wird eben dann, wenn in Europa eine Rettungsgasse gebildet werden muss, natürlich Fahrspuren abhängig, dann auf die richtige Seite und das schützt den Fahrer daran zu denken, dass er eine Rettungsgasse bilden muss. Also er wäre dann auf der linken Spur, würde er sich links mehr orientieren an dem Fahrspurbereich? Genau, fährt dann eben links rüber, auf der anderen Seite, eben auf der rechten Seite. Was sehr sinnvoll ist, weil da gibt es ja gerade seit 1.1. auch ein völlig neues Bußgeld für Leute, die sich nicht daran halten. Und da unterstützt dann der Mercedes aktiv, also eine sehr gute Funktion. Und ja, viele Dinge werden sich verbessern, zum Beispiel ist die Spurhaltung auf der normalen Straße, den Baustellen besser geworden, die Kameras arbeiten anders, die ganze Software ist anders. Also funktional verbessern sich die Systeme. Aber alle Details wollen wir noch nicht verraten. Ich meine, wir haben auch irgendwann noch eine Weltpremiere. Ja, genau. Da müssen wir natürlich auch noch was erzählen. Ja, natürlich. Also von daher, und wir wollen es auch nicht zu früh, sage ich mal, wettbewerbsmäßig natürlich verraten. Also von daher, alle Details jetzt noch nicht. Aber ja, es gibt neuere Funktionalitäten und es gibt vor allen Dingen einfach funktionale Verbesserungen, muss man schon ganz klar sagen. Kommen wir vielleicht einfach mal zu dem, was auch sehr wichtig ist, denke ich, für die potenziellen Kunden oder auch Besitzer einer E-Klasse oder den Leuten, die es noch werden wollen, unter der Haube. Da hat sich ja auch einiges getan. Es gibt ja einen neuen Sechszylinder und es gibt wieder einen komplett neuen Vierzylinder. Ja, absolut. Also der M254, unser neuer Vierzylinder, zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir hier ein Fahrzeug haben mit ISG, also einem integrierten Starter-Generator, so wird es eben bei uns genannt. Das heißt, eine im Getriebe oder zwischen Motor und Getriebe integrierten Elektromaschine, die dann natürlich für den Start auch zuständig ist, aber sie dient vor allen Dingen natürlich der Effizienz beim Fahren. Ja genau, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht kennt das jemand von euch schon von dem neuen tollen Reihensechszylinder-Motor, weil man drückt den Knopf und man hat überhaupt gar kein gewohntes Startgeräusch. Der Motor ist quasi irgendwie sofort auf irgendwie 90 Prozent und innerhalb der nächsten Sekunde läuft er so, wie er laufen soll. Man hat dieses Krächste vom Ritzel-Starter, was man jetzt eigentlich seit wahrscheinlich, ja wann gab es den ersten E-Starter? Bei Cadillac glaube ich, 1910 oder sowas. Müssten wir jetzt einblenden. Lange her. Genau. Ein völlig neues Erlebnis alleine beim Start des Motors. Ja, ich denke für alle Vierzylinder-Fahrer wird es auf jeden Fall ein neues Erlebnis sein. Es ist ja nicht nur das Starten, es ist ja auch bei jedem Stopp, wo der Motor eben dann schon in der Auslaufphase ausgeht, dann eben, sag ich mal, ohne Motor an die Ampel ran segelt und dann natürlich auch erst wieder gestartet wird, sobald es eben auch wieder losgeht. Also eine klare Maßnahme natürlich zur Effizienzverbesserung, um den Kraftstoffverbrauch nach unten zu bringen. Und dann hat das ISG quasi als positiven, für den Kunden erlebbaren Nebeneffekt, dass es eben auch ein bisschen potenter die Maschine ansprechen, weil die E-Maschine unterstützt den Verbrenner. Das ist natürlich der schöne Seiteneffekt. Die Fahrdynamik wird natürlich deutlich besser, weil die E-Maschine vor allen Dingen eben bei niedrigen Drehzahlen natürlich einen deutlichen Drehmoment zu gewinnen macht und damit von der Fahrdynamik natürlich auch die Fahrdynamik einfach viel, viel besser wird. Das heißt, man hat eben auch bei einem Verbrenner oder bei einem Benziner hat man mehr Drehmoment in niedrigen Drehzahlenbereichen und damit hat man auch ein angehendemeres Fahren, also eine sogenannte Boost-Funktion, die den Kunden eben dann, sag ich mal, beim Anfahren und bei niedrigen Drehzahlen nochmal unterstützt. Dann eben auch dafür sorgt, dass eben dann die Drehzahl nicht gleich wieder hochgeht und damit natürlich auch ein Verbrauchseffekt wieder entsteht, dass der Kunde eben selbst beim dynamischeren Fahren dann einen Verbrauchsvorteil hat. Das heißt, wir haben keine Lichtmaschine mehr, das ist alles integriert. Der Starter ist weggefallen, die Lichtmaschine ist weggefallen und das ist integriert zwischen Motor und Getriebe in dieser E-Maschine. Das ist der Generator gleichzeitig, deswegen heißt der Starter-Generator, der eben auch, wenn ich jetzt den Fuß vom Gas nehme, sofort in die Rekuperation geht und damit sofort wieder Energie der Batterie natürlich auch zuführt. Also ein 48-Volt-System übrigens, selbstverständlich, also nicht 12 Volt, sondern 48 Volt und damit eben auch mehr Energie beim Fuß vom Gas nehmen wieder regenerieren kann und damit dem System natürlich Energie halt zuführt. Ist das eine Art Mild-Hybrid, kann man das so nennen? Das ist ein Mild-Hybrid, klar, also keine Frage, das ist ein richtiger Mild-Hybrid. Ganz witzig ist ja vielleicht jetzt, der heißt M254 und vorher hießen die Motoren M274, 264. Ja, immer zehn runter halt. Obwohl es eigentlich hoch geht in der Evolutionsstufe, siegt die Zahl. Ja, das ist ein bisschen spezial, Mercedes, aber es ist richtig, wir kamen vom 274, waren dann beim 264, der ein Riemenstarter-Generator ist, ein RSG-System und sind jetzt beim 254, der eben ein integrierter Starter-Generator ist. Wenn man jetzt mal hier auf Eco umschaltet, dann nutzen wir das System natürlich vor allen Dingen dafür, auch einen möglichst langen Segelbetrieb zu haben. Das heißt, wenn ich in der richtigen Situation, dann wenn ich eben auch keine Klimaanlagenanforderungen habe, etc., oder keine direkte zumindest, dann kann ich natürlich auch eben große Strecken segeln. Das heißt, ich kann also ohne überhaupt, dass der Motor läuft, dann fahren. Ich glaube, das heißt, es gibt ja intern genannt auch Segeln 1, Segeln 2. Dieser Wagen kann dann Segeln 2, das ist der Unterschied zum bisher erlebten Segeln, wo der auf Leerlaufdrehzahl abfällt, dann aber theoretisch ein wenig Kraftstoff konsumiert, der Motor, geht er hier komplett aus. Ja, der geht komplett aus. Genau, und das ist halt dann wirklich maximale Effizienz. Sobald das Fahrzeug segelt, geht der Motor aus. Wie gesagt, einziger Grund, warum der Motor manchmal eben noch anbleibt, ist für den Kunden vielleicht auch manchmal, siehst du richtig nachvollziehbar, ist die Motorbremse. Das auch, die gibt es natürlich noch, also gerade wenn wir das jetzt hier den Bergab machen, sieht man auch sofort, dann geht er voll in Charge-Modus, lädt also die Batterie jetzt wieder auf. Wir fahren aber jetzt ziemlich stark bergab, dann hat das Fahrzeug auch eine Motorbremse, rollt also nicht frei. Okay, sobald es, sag ich mal, wieder etwas weniger Gefälle hat, geht das Fahrzeug dann auch in den ganz normalen Rollenbetrieb. Aber es braucht eben eine Intelligenz, die zum einen guckt, okay, wann kann ich clever Energie wieder zurückgewinnen, wann, sag ich mal, passt besser das freie Rollen. Und gleichzeitig muss eben noch darauf achten, dass wenn wir nicht mehr, wie jetzt hier scheint ja noch die Sonne brauchen, also noch Klimaanlagenleistung, dass die Klimaanlage eben auch noch, sag ich mal, betätigt werden kann. Das heißt, wir haben also mehrere Gründe, warum das System manchmal segelt und manchmal zum Beispiel eben nicht segelt. Man kann so nicht einfach sagen, das ist völlig digital on-off. Zum Beispiel jetzt haben wir eine Situation, wir fahren eigentlich ein bisschen zu schnell, jetzt müssen wir sogar mal die Bremse benutzen. Aber klar, ich bin vorher so mit die Stronic gefahren, dann ist es zum Beispiel auch so, wenn das System also erkennt, ich fahre zu schnell, dann den Fuß vom Gas nimmt, wird die Motorbremse auch genutzt. Dann geht es eben nicht ins Segeln. Genau. Also von daher, es hat diverse Gründe, wann im Zusammenhang mit zum Beispiel die Stronic fahren oder nicht die Stronic fahren und so weiter. Wir segeln jetzt zum Beispiel, sieht man, ist die Drehzahl, jetzt rollen wir gerade frei. Jetzt haben wir uns also ordentlich an die Geschwindigkeit gehalten. Gut, wir sind noch drei Miles per Hour zu schnell. Aber da, sag ich mal, da geht es dann eben so, dass wir hier jetzt im Segeln zum Beispiel dann auch runterfahren. Jetzt kann ich dazu bremsen und bleiben im Segeln. Jetzt bremse ich ein bisschen mehr, schon schaltet der Motor wieder ein. Also von daher, es gibt eben in der Elektronik sehr viele verschiedene Bedingungen, wann der Motor ein- und nicht einschaltet. Und vor allen Dingen unspürbar. Also ich kann hier sagen, vom Beifahrerplatz aus, man merkt es nicht. Wenn man nicht gerade aktiv hinschaut, als Beifahrer würde man es nicht mitbekommen. Was ja sehr schön ist, weil Start-Stopp-Systeme oder auch Segelsysteme öfters schon wahrnehmbar waren. Und dann gibt es den reinen Sechslinder-Motor, den quasi jetzt schon bekannten M256. Den kennt man aus dem CLS. Genau. Der zieht jetzt in die E-Klasse ein. Getriebeseitig das bekannte 9G-Tronic. Das bleibt, ja. Genau. Auch mit Verbesserungen schon wieder. Aber im Grundsatz das gleiche 9G-Tronic. Also rein formal immer noch die gleiche. Ich glaube, man darf auch sagen, 4-Matic wird es auch für gewisse Fahrzeuge weiterhin geben, wenn der Kunde es möchte. Weil es wird auch Hybride geben als 4-Matic und als 4-Mal-2. Also es gibt beides. So, herzlichen Dank für eure Mitfahrt. Wir haben euch die neue E-Klasse präsentiert. Das, was wir präsentieren konnten zu dem frühen Zeitpunkt. Wir hoffen, euch damit einen guten Einblick gegeben zu haben zum W213-Mopf, wie er genauer heißt. Was sich mit der Tarnfolie verbirgt, das sehen wir leider erst ab Genf, wisst ihr jetzt. Und dann kann man auch genauer hier reinschauen, die Technik und die Designsprache. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020